Meine Damen und Herren, wir melden uns hier aus dem Studio 4, dem Mischraum im Hansa-Studio. Atemlose Stille in der Spanischen, eine Vielzahl. Das ist Matthias Hertel genannt, auch Pinocchio für Arme. Das ist scheiße. Das sind ja 200 Sekunden da, ne? Das ist ein Schlager. Jeder war nicht früher. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, ab Ui, der kommt Okay Scheiße Scheiße Ja, das war Immer so, wie ich immer so übergegen habe Ach, wollen wir drüben oder? Ja So Du jetzt Hörst du mal auf? Ich muss hier nachdenken Mal rüber Warte mal Bisschen gut Sehr gut Sehr gut Ich habe an der Karte Der ist unser Schlagerproduzent Er ist unser Schlager-Tontechniker Nummer 1 Ich stelle vor M. Er hat auch genannt Die Schnulzer Er versucht sich hin und wieder mit englischer Popmusik Aber bei der Schnulz übertrifft er sich selbst Ralf Maria Siegel Und der Wein wird schon zählen Wie die chische Himmler sacht Durch der Schein am endlosen Sprach Die Dann sind die Nacht Bis der Grieche Schön Schön Nacht Klima Gimil Musik Dan sind die Nacht Bis der Morgen Erwacht Aber schneiden wir die Fäkalspanne aus.